Lass mich doch mal ausreden! Guck, da fängt es schon an! Es gibt eine Erfindung, die nennt sich Dusche. Und die solltest du mal benutzen. Da brauch ich gar kein Wort. Gut. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem Kanal! Ja genau, dieses Geräusch meinte ich letztens. Und zwar finden wir heute endlich mal heraus, wer von uns beiden fieser ist. Hä? Was hä? Warte mal, stopp, als ob ich da mit dir konkurrieren muss. Du denkst doch nicht wirklich, dass du... Ich weiß ja nicht, es kann ja sein, dass ich situativ vielleicht fieser sein könnte, es aber einfach nicht bin. Nein, könntest du auch nicht. Also, hier sind... Ich glaube 14 oder 15. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Situationen oder Personen drauf, zu denen man Dinge sagen könnte, wenn man denn fies wäre. So, und wir ziehen hier jeder. Und dann haben wir 10 Sekunden Zeit. Also, das ist jetzt... Das ist alles Fiktion jetzt. Jaja, das ist Fiktion. Das heißt, es sind auch Personen vielleicht dabei, die wir kennen. Nee, das nicht. Ach so, gut, okay. Und dann müssen wir quasi 10 Sekunden Zeit und dann müssen wir was sagen. Und ihr könnt wahrscheinlich entscheiden, wer heute insgesamt vielleicht oder pro Kommentar fieser ist. Lass mich doch mal ausreden! Lass du mich doch ausreden! Guck, da fängt es schon an! Soll ich als erstes ziehen? Ich würde auch sagen, der, der zuerst zieht, muss dann zuerst deine Antwort präsentieren. Okay, habe ich 10 Sekunden etwa Zeit? Ja, genau. Okay, zähl du von 10, dann gleich runter, ich zähle bei dir von 10 runter. Ja, ja, ja. Dann hat der andere immer ein bisschen mehr Zeit. Zur Braut oder zum Bräutigam am Hochzeitstag? Zehn, neun, eins. Zum Bräutigam würde ich Folgendes sagen. Wie, jetzt hast du sie doch geheiratet? Ja, okay. Beziehungsweise wie, du hast dich für sie entschieden? Ja, ja, finde ich gut. Das ist schon sehr unpassend auf einer Hochzeit, glaube ich, so was zu sagen, oder? Ja, ist gut. Zehn, neun, go! Was ziehst du an? Aber zu wem, zu wem? Die Braut! Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Das willst du anziehen? Doch, finde ich gut. Ja, doch, passt eigentlich auch ganz gut. Stell mal vor, das sagt dir jemand, ne? Oh, ich bin da ausgeladen. Ja, aber wie muss ich die Braut fühlen, wenn ich dem Bräutigam sage, wie, hast du sie jetzt doch für sie entschieden? Die? Jetzt doch die? Okay, ich ziehe als nächstes. Ja. Wenn sich jemand ein neues Auto gekauft hat? Zehn, null. Ich wusste gar nicht, dass du auf Oldtimer stehst. Ja, okay, aber das ist jetzt... Ah! Ich fand's gut! Okay, du bist dran. Zehn, eins. Okay. Ach, sieh mal an! Das Auto war mein erstes Auto, als ich das Auto fahren gelernt habe. Das ist aber gut. Ich dachte, du kommst so voll happy mit einem neuen Auto. Oh nein! Das war mein erstes Auto, als ich noch das fahren gelernt habe. Oder schon bevor du saßt und so, ach ja, die Delle hab ich da noch gefahren. Ja gut, das ist ja ein neues Auto. Du könnt ja neu machen. Ja, aber... Guck, du verstehst dieses fies sein gar nicht. Du musst dich sozusagen wirklich mental in diese Person hineinversetzen, die gerade fies ist. Und du kriegst das nicht hin dann, ja. Du kriegst es einfach nicht hin. So, wir haben schon zwei fiese Sachen und ihr könnt gerne schon in die Kommentare schreiben, wer der Fiesling hier ist. Es wäre eigentlich besser, wenn das was über uns wäre. Boah, das wäre richtig fies. Ja, das können wir ja auch. So, ich könnte was über deine neue Frisur sagen. Das können wir auch. Und sagen, dass das wahrscheinlich nur aus Frust geschehen ist, weil ihr ziemlich langweilig zu Hause war. Komm, komm, komm. Ich bin sehr zufrieden damit. Okay. Was passiert? Was passiert? Das passt. Das passt. Sorry, ich hab grad gar nicht... Wenn jemand beim Friseur war. So, ja. Ich brauch gar keine 10 Sekunden mehr. Ich kann dir sagen. Dir ist auch ein bisschen langweilig, oder? Hast du es selber geschnitten? Ja, ist auch gut. Ist auch gut. Ist auch gut. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das wäre auch fies. Zur LehrerInnen, wenn man geschwänzt hat. Ach, zur Lehrer oder einer LehrerInnen. Mein Urlaub war total okay. Das ist ja nicht fies. Das ist ja komplett neutral. Nein. Ich zeig dir, was fies ist. Okay, jetzt. Brauchst du 10 Sekunden? Nein, ich brauch keine 10 Sekunden. Okay, du hast auch was. Sorry, aber ich glaub ihnen einfach nicht, dass sie Lehrer sind. Deswegen bin ich nicht gekommen. Ja, gut. Aber den find ich gar nicht so situativ lustig. Doch, natürlich. Das kannst du in jeder Situation anwenden. Na gut. Ich hab, wenn ein Lehrer fragt, wo warst du? Und dann sag ich, sorry, ich glaub einfach nicht, dass du Lehrer bist oder Lehrerin bist. Jetzt hast du nicht zum Unterricht erschienen. Ja. Okay, den fand ich gar nicht so lustig. Aber meiner war auch nicht so lustig. Nee. Auf dem Abschlussball. Okay. 10. Folgende Situation. Ich bin Redner beim Abschlussball und ich sage folgendes. Ich hasse euch alle. Tschüss. Völlig unerwartet. Bei einem Abschlussball alle haben gute Stimmung und ich bin dann da und mach alles kaputt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hasse euch einfach alle. Ich hasse euch alle. Okay, Danja, was wäre dein fieser Spruch auf einem Abschlussball? 10. Ich will meine 10 Sekunden. 10. Wer seid ihr eigentlich? Hä? Was? Das ist doch nicht viel. Weil du da gar nicht auf der Schule warst. Boah, Danja, ehrlich, du kannst doch so viel von mir lernen. Ehrlich, du kannst so viel von mir lernen. Das ist doch immer noch freundlich. Echt? Okay, nächste. Zu Sitznachbarinnen am ersten Schultag. Der der letztes Jahr hier war, ist verstorben. Uh. Ja, das ist fies. Das ist fies. Das ist fies, aber hat ja eigentlich nichts mit... Aber warum... Na, so ein bisschen gefährlich so. Ach so. So ein bisschen... Darfst du nicht sagen verstorben, sondern auf mysteriöse Weise. Auf mysteriöse Weise. Ja, das ist schon fies. Das ist schon echt creepy, muss ich sagen. Ähm, also ich würde etwas komplett... Also völlig erwartet. Du kannst ruhig runterzählen. Okay, 10. Es gibt eine Erfindung, die nennt sich Dusche. Und die solltest du mal benutzen. Gemein. Das ist gemein. Das ist fies. Das ist gemein. Ich sage dir, diese Person hat dann ein Leben lang ein Trauma. Ja, ich weiß. Weil da macht man ständig den hier. Ne, den macht man nicht, sondern man geht dann so die ganze Zeit durch die Gegend. Wieso? Hä? Ja, weil man Angst hat, dass man stinkt. Ja, stinkt tut man dann ja trotzdem. Ich lauf ja nicht so rum. Hallo! Hallo! Doch manche warst du schon zum Leidwesen von uns allen hier. Achso. Als Lehrer zu kleinen Geschwisterkindern. Also die, die dann kommen. Ja, okay. Das ist ja eigentlich vorprogrammiert, was da dann kommen muss, ne? Ja, also das Wissen hat wahrscheinlich jemand anderes in deiner Familie bekommen, nicht du. Ja, das ist schon gemein. Oder das Gehirn. Das ist schon gemein. Okay, 10. Okay. Äh, noch so einer. Ja, okay, okay. 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 Ja, kann ich auch verstehen. Ist auch nicht so schlecht. Ja. Ja, doch. Wenn die Lehrer den vorherigen nicht leiden können. Ja, stimmt. Stimmt. Seid schon klar. Oder vielleicht sowas. Ich dachte, es gibt nur einen von euch. Ja. Zum neuen ReferendarInnen. Ah, okay. Also, wenn man noch nicht Lehrer ist, aber gerne. Aber, genau, es sein wollen würde. Okay. 10. Entschuldigung, die sechste Klasse ist den Gang runter. Weil die so jung sind. Schlecht. Schlecht. Nein. Gar nicht erwartet. Also, dass du das jetzt auf diese Ebene... Ich sag dir was richtig Fieses im Referendariat. Ich brauche auch gar nicht lange überlegen. Okay. Also, ich hätte da eine Frage. Referendariat heißt ja, dass sie noch nicht Lehrerinnen oder Lehrer sind, ne? Vielleicht sollten sie sich doch noch einen anderen Job suchen. Sie haben ja noch die Gelegenheit dazu. Richtig. Sie sind es ja noch nicht. Es ist wie jemand, der in der Ausbildung oder im Praktikum ist. Ist vielleicht nicht ganz das Richtige für dich. Such dir doch einen anderen Job. Oh nein. Das würde ich sagen. Das ist gemein. Das ist gemein, ne? Siehst du, ich kann das auf Knopfdruck dann ja. Ja, das stimmt. Ich habe vorhin noch zu Kahn gesagt, du lass schon mal deine fiese Ader fließen. Und dann denke ich nur so, hey, das ist so. Das ist nicht. Das ist so. Erstens, ich rede nicht so. Doch. Das war jetzt ein bisschen verletzend, was du gemacht hast. Das ist so verletzend. Das ist so verletzend, wie wenn ich morgens hinkomme und dich mit dieser Frisur sehen muss. Sehr verletzend. Nach einer Trennung. Oh. Gibst du mir die Playstation zurück, die ich dir geschenkt habe? Ja, das ist fief. Ja, das ist fief. Ihr beide seid Gamer. Und dann musst du ihm die Playstation zurückgeben. Aber ich finde, wenn er das geschenkt hat, dann hat man das geschenkt. Ja, aber in der Beziehung ist das manchmal so ein bisschen, ist das der Trugschluss, sage ich jetzt mal. Ja. Also sage ich auch, aber manche Menschen, die fies sind, sind halt so. Also ich, ja, ich würde jetzt antworten, also ich antworte als beste Freundin zu meiner Freundin. Nach der Trennung. War aber schon ein guter Fang, ne? Das ist gemein. Ja, okay, das ist gemein, ja. Okay, kommt drauf an, wer dran schuld ist, ne? Ja, gut. Trotzdem ist es voll gemein. In jeder Situation ist es gemein. Wenn der Schluss gemacht hat, ist es gemein, sie schuld ist. Nein, weißt du, was viel fieser wäre? Hättest du gesagt, ach, hat er eigentlich eine neue Nummer oder warum erreiche ich ihn nicht mehr? Oder umgekehrt so. Ich hatte schon eine neue Freundin. Ach, was für ein Zufall, ich treffe mich morgen mit ihm. Er hat mir vorhin geschrieben. Okay, ich ziehe, ne? Ja. Ne, du ziehst. Sorry, du musst ziehen. Ach ja, zur neuen ArbeitskollegInnen am ersten Arbeitstag. Ich weiß, was ich zu einer ArbeitskollegInnen direkt sagen würde. Mhm. Aber du bist als erstes. Ja, zähl runter. Der, der vor dir hier war, hat's nicht so lange durchgehalten. Ja, das ist schon wieder so was wie aus der Schule. Danke, das ist so. Soll ich jetzt Angst haben vor dir? Ja, klar. Willst du, hast du schon? Oder brauchst du 10 Sekunden? Nein, ich hab schon. Okay, gehen los. Oh, jetzt schickt uns das Arbeitsamt schon wieder irgendeine Praktikantin. Das ist richtig gemein, ne? Das ist richtig gemein. Das fängt schon an mit dem Arbeitsamt so. Ist ne Maßnahme. Kennen wir alle. Also, kenn ich zumindest. Aber das ist was anderes. Wenn dir jemand den selbstgeschriebenen Song vorspielt. Okay. Okay, da gibt's glaube ich viele Sachen. An deiner Stelle würde ich folgenden Titel für deinen Song wählen. The Mute Song. Es geht. Es geht. Nein, es geht nicht. Was ist Mute? Ja, stimmt. Ja, also lautlos. Also auf, ne? Kein. Ja. Ja, okay. Okay, das war vielleicht nicht mein Beste. Aber ey, war wenigstens kreativ. Ja, ja. Okay, 10. 1 plus für Mitarbeiter. Süß. Hat denn dein Kind geschrieben? Ja. Ja, okay. Aber das ist ja nicht fies, ne? Sondern du findest ihn ja immer noch süß. Ja, trotzdem. Ja, ist auch okay. Gib für Mitarbeiter ne zwei Minus. Danke. Danke. Oh, nach einer Operation. Aber wer ist man dann? Der Arzt oder Ärztin oder? Kannst du dir aussuchen. Steht nur nach einer Operation. Ich dachte, das ist eine Blinddarm-OP. Wo ist denn dein Bein hin? Uch. Ja, das ist fies. Aber gut, das ist ja nicht fies gegenüber der Person. Das ist gut fies. Ja, nein, das schon. Aber das ist ja so eigentlich so. Also, das ist so erschreckend. Das ist ja extrem. Dann ja also, sorry. Gut, dass du keine Ärztin geworden bist. Scheiße. Ne, meine Situation ist jetzt gar nicht so dramatisch. Ähm. Ich würde aus folgender Perspektive. Ich bin plastischer Chirurg. Ja. Habe gerade eine Nasen-OP bei jemandem gemacht. Und sage dann folgendes zur Person. Na gut. Dann bleibt ja nur Rest des Gesichts noch immer, ne? Das ist echt fies. Hä? Das ist fies, ne? Okay. Das ist wirklich. Okay. Vorletzte. Mhm. Fiese Situation in unserem Leben. Beim Essen. Okay. Da brauche ich gar kein Wort. Gut. So. Ja. Das reicht schon. Ja, das macht keinen häufig. Warte mal. Ich glaube, ich glaube, das hatte ich letzte Woche schon mal warm gemacht. Sarah, muss man für deine fiesen Sprüche studiert haben oder so? Warum? Was ist da denn jetzt fies? Das ist vollkommen kontextlos und gar nicht situativ. Nein, nein. Man isst und dann sagt jemand, das ist schon vor zwei Wochen oder so. Nicht? Finde ich nicht fies. Ich finde das. Das ist einfach so zu speziell. Okay. Das ist doch nicht, du musst ein Essen sehen und dann musst du fies sein. Ich kann nicht gut fies sein. Da würde jetzt passen sowas. Oh, hat das dein Kind gemacht oder du? Ist das aus der Windel des Kindes oder? Ist das jemand mit Flugangst ins Flugzeug? Also, ich bin Pilot, aber das klingt grad gar nicht gut. Das ist nicht normal. Also, es geht mir in die gleiche Richtung. Ey, so wie die gemeine Sachen, die man sagen kann. Also, ich finde, wir hatten beide so gute Hits und Bisses. Du nicht. Du hast vielleicht zwei, drei Situationen, wo ich sagen würde, passt. Doch, ich war schon mal. Nein, dann, ja, es tut mir leid, aber du bist einfach zu nett für diese Welt. Ja, aber du hattest auch Sachen, die einfach nie so gut waren. Dann, hör mir zu. Hör mir doch einfach zu. Du bist, das guck mal, auch wenn es eine Challenge ist, ne? Und es ist und bleibt eine Challenge, aber im echten Leben bist du einfach und deswegen kannst du diese Challenge einfach nicht so absolvieren, wie ich sie absolviere. Du bist einfach zu nett für diese Welt. Du bist ein nettes Kompliment. Ja? Alles, was ich gehört habe, war so nett. Und, und? Du bist zu nett und gleichzeitig auch ein bisschen zu hässlich. Aber das ist ein anderes Thema. So, ich möchte jetzt aber Folgendes noch wissen. Du möchtest jetzt noch, was du gemein hast. Es wird bestimmt in deinem Leben oder in einer Situation in deinem Leben gegeben haben. Wo ich gemein war. Wo du wirklich gemein warst. Wo du danach dachtest, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Wirklich nicht? Dann erzähl ich Situation. Ich bin halt mega höflich. Ja, aber trotzdem. Es geht ja gar nicht darum, dass du halt, aber du wirst auch eine beste Freundin oder einen besten Freund haben. Oder einfach vielleicht in der Situation mal fies was. Und du wirst doch nicht an Höflichkeit denken, wenn ihr um 12 Uhr nachts Super Smash Bro spielt oder irgendwie sowas. Und dann denkst du, ja, jetzt bin ich nicht fies. Ja, aber dann beleidige ich halt eher. Ja, aber das ist ja auch fies. Ich muss ja jetzt nicht den genauen Wortwort dieser Beleidigung haben. Aber das mache ich ja bei dir auch. Ja gut, okay, das können wir jetzt nicht laut sagen. Ich kann ja, gut, ich sage immer wieder, Daniel ist zu nett für diese Welt. Tatsächlich habe ich sehr, sehr viele Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich sehr, sehr fies war beim Fußball. Also beim Fußball, klar ist das immer eine andere Geschichte. Da gibt es auch Trashtalk und so. Aber mit fies meine ich gar nicht gegenüber den Gegnern. Das ist normal. Das ist normal. Aber auch mal zwischendurch meinen eigenen Mitspielern gegenüber. Besonders in der Jugend. Später, wo ich dann bei den Senioren war, nicht mehr so. Ja, also eine ganz normale Situation war, dass halt im Spiel jemand eingewechselt wurde. Und wenn jemand eingewechselt wird, dann ist das so oder so extrem schwierig. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich hier und da auch schon mal Einwechselspielern, also wenn der da reinkam und einen Fehler gemacht hat, über den Platz dann geschrien habe, warum hast du den eingewechselt? Und das ist schon sehr, sehr fies. Also das ist nicht oft passiert, zwischendurch schon, aber da muss ich zugeben, da war ich schon echt fies. War ja auch ein bisschen anders vielleicht drauf, aber sowas würde ich niemals unterstützen, wenn das jemand bei mir machen würde. Also auch, wenn ich sozusagen Trainer wäre und das würde einer meiner Spieler oder Spielerinnen machen. Wie soll man als Trainer eine gelbe Karte geben? Aber gut, dann merkt man, dass du einfach nicht sportlich bist. Genau wie bei meinen Fußballvideos am Wochenende bei TikTok für ininformiert, für Uninformierte, wo ist jetzt der Unterschied? Ich weiß immer noch nicht, oder? So, tschüss. Ja, aber kannst du mir trotzdem nicht sagen, wo der Unterschied war? Tschüss. Hallo, sagst du mir noch, wo der Unterschied war? Ich würde gerne wissen, wo der Unterschied lag. Ey! Das habt ihr gerade nicht gesehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.